Conchita scheint endgültig Vergangenheit zu sein. Der Künstler nennt sich jetzt nur noch Wurst und überrascht mit einem neuen Hit und ganz viel Latex. Mehr gibt's gleich. Schön, dass Sie bei uns sind. Erst hat er den Namen Wurst gestrichen und jetzt wieder zurückgeholt. Und der Österreicher hat noch mehr Überraschungen auf Lager. Neuer Name, neuer Look, neuer Sound. Bye-bye Conchita Wurst. Ab heute bitte nur noch Wurst. Der Künstler Tom Neuwirth hat eine Metamorphose der besonderen Art hingelegt. Von der Dragqueen mit Vollbart zur Kunstfigur in Ganzkörperlatex. Klar hat sich da auch die Musik verändert. Damit ist Wursts Wunsch nach Veränderung wohl gelungen.